servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben quasi nächsten monat einen addon release also in anführungszeichen ein addon release denn cataclysm classic wird nächsten monat im mai herauskommen hier stehen jetzt die englischen angaben noch prepatch 30 april launch am 20 mai in der eu ist es ein bisschen anders beziehungsweise hat blizzard dazu auch einen eu artikel gepostet der prepatch wird bei uns am ersten mai kommen und da war vom 21 mai als launch die rede hängt dann halt ein bisschen davon ab ich gucke währenddessen in der uhrzeit noch mal lieber rein ja okay es ist deswegen der 21 mai weil es um 0 uhr mitteleuropäische sommerzeit ist dementsprechend es ist ein globaler launch aber wir haben halt oder wie europäer mal die arschkarte gezogen denn bei uns ist es eben sehr sehr spät was aber sehr sehr interessant ist ist die tatsache wie blizzard cataclysm classic rausbringen wird also nicht den launch an sich sondern den content und da kann ich euch sagen blizzard prügelt dieses addon ziemlich durch in einer form wie ich es noch nie gesehen habe also wirklich ihr habt wenn ihr das spielen wollt sehr sehr wenig zeit oder sehr sehr wenig downtime sagen wir es mal so aber das schauen wir uns auch gleich noch an grundsätzlich denke ich zur launch ankündigung muss ich jetzt nicht mehr so viel neues sagen neue zonen neue dungeons fünf neue raids drei zum launch und so weiter goblin worgen sind dabei die talentbäume wurden überarbeitet die alten zonen wurden überarbeitet es gibt toll barat etc pp also an und für sich und reforging nicht zu vergessen das war sehr sehr geil ich liebe reforging aber alles in allem cataclysm ein addon was damals fand ich in der wahrnehmung nicht so krass war weil halt vorher wrath of the lich king war so im nachhinein gucke ich aber trotzdem mit wohlwollen zurück zumindest auf zwei drittel des addons mir hat der letzte patch nicht so gut gefallen und der dragon soul raid aber der rest war schon eigentlich ganz cool hier seht ihr dann nochmal was kommt alles was verschwindet mit wrath of the lich king also zum beispiel die tiger und die mounts von sulhgurub und so weiter und so fort werden nicht mehr zu bekommen seien mimirons head unbesiegbar und so weiter und so fort werden auf eine viel viel niedrigere drop chance gesetzt all das sind so die sachen die sich dann verändern dann natürlich noch mal werbung für diese upgrade pakete aber nichtsdestotrotz sehr sehr interessant der launch plan den sich blizzard vorgenommen hat und dem wollen wir uns jetzt mal anschauen launch 20 mai soweit so gut ihr habt drei reds zum anfang einmal die bastion des zwielichts dann thron der vier winde und der pech schwingen abstieg waren insgesamt zwölf bosse alle raids fand ich ziemlich ziemlich nice hat spaß gemacht und würde ich auch definitiv noch mal spielen da habt ihr ungefähr fünf monate zeit für bis zum nächsten welt um das zu klären denn rage of the firelands erscheint im oktober 2024 mit einem eigenen gebiet mit dem feuerlande raid sieben bosse ragnaros am ende sehr sehr guter raid sehr sehr gute bosse aber ja fünf monate zeit in der zwischenzeit kommt noch aufstieg der zandalari rein gequetscht im juli 2024 das war halt so ein mini patch der hatte sun group und sulaman und so weiter überarbeitet das hat mich jetzt nicht so krass abgeholt aber letzten endes gibt es da auch noch mal ein bisschen dungeon content und dann schon hour of twilight also stunde des zwielichts der finale patch oder der finale content von world of warcraft cataclysm erscheint schon im januar 2025 also blizzard gönnt euch rund neun monate und dann ist schon der ganze content des addons rausgeprügelt und das finde ich halt schon ein bisschen krass klar teilweise lagen damals zwischen diesen patches sechs monate das hat sich tierisch gezogen aber ich würde zum beispiel sagen weiß nicht wenn der feuerlande raid irgendwie ende oktober kommt und der hier kommt mitte januar dann habt ihr etwas mehr als zwei monate zeit um feuerlande zu spielen und das finde ich ein bisschen schade das wäre definitiv ein patch wo man sagen könnte den kann man auch durchaus genießen diese fünf monate launch bis hier rage of the firelands das finde ich durchaus okay dann drei monate finde ich schon sehr sehr kurz aber gut blizzard wird sich wohl was dabei gedacht haben dementsprechend wenn ihr das addon aktiv spielen wollt solltet ihr vor allem den feuerlande raid ziemlich schnell durchmarschieren sonst geht euch vielleicht die zeit aus damit danke fürs zusehen schreibt gerne in die kommentare was ihr von diesen plänen von blizzard haltet bis dahin habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten Mal